Hallo und herzlich willkommen hier Ich bin auf der Hofbrackemann mit dem lieben Ron van Steben und dem Egon Brackemann und dem Unfall hier Grüße! Ja, Brackemann, was haben Sie wieder gemacht? Wir haben uns erstmal versichert den Personen geht es allen gut, das ist nur der Schock Au! Er hat mir einen Fuß gefahren! Oh, die Post war's! Unfall! Komm her hier! Hallo! Sieh da! Sieh! Sieh mit der Krustmasse! Ich hab ein Tattoo auf dem Arm! Ein Anker! Aha! Ich seh es, genau Ja, gucken Sie mal! Das Tattoo! Oder ist eine Verletzung! Hm! Ja, machen wir nun mit denen hier! Die halten den ganzen Verkehr auf! Abschriftdienst! Ai, 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 wo kommen sie denn überhaupt her? Aha! einheimischer einheimischer aber ich habe keine Zeit zu warten er hat unser Kennzeichen dran Erfurt Hansest an Bremen 87 das kann ich angehen Erfurt Hof Bockemann Wollte er mit uns haben sie ein Paket ich hab ein paar Eier wer jetzt auf Pakete wartet tut uns leid, wir können nichts dafür dauert noch ein bisschen ich fahr den Weg nach, wo wir gehen mach mal nach Hause ich komm nach jetzt hast du nasse Füße ich hatte keine Zeit zu warten Mann, Mann, Mann super süß ja da fragt er, Mann welcher egal welcher haben wir ein Problem wir kriegen das Lenkrad runter das ist ein Lenkrad der krieg von meinem Akkord das ist bestimmt an der Seite zu einer Entriegelung ja Entriegelung hier geht nix besser haben wir das Lenkrad festgeklebt oder wie ähm, warten sie mal wir brauchen mal hier so geht auch nix mh ahhh 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 überall so, Frank mh doch mit mit Sekundenkleber festgemacht, wa? ahhh also auch nicht rin, 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 rin rin, rin rin oh, nicht da rein ey, was sagen für ne Sämaschine kostet schweine viel Geld ja aber wir haben ja eine glaub ich wir wollen mal gucken, ey mh da hat auch geschickt was so so aussieht ne Amazone dann komm ich mal vorbei hier ja so da ist doch ein Kummerding auch gleich dran ja, das ist praktisch ah, ja, die haben wir gegeben so aber stellen sie jetzt mal sicher nicht, dass wir vorher noch pflügen müssen pflügen? ja weißt du weißt du weil ich ja grad auf dem Flugsee ok mach ich mir ja ja jetzt, das geht aber auch auf dem Vertrag ne, aber jetzt brauchen ich dich ne wo wo sie denn ich hab wieder vergessen da hinten war es da hinten nein, nein da 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 Hühh! Grüße! Hallo! Ende! Leon! Hat mir jetzt irgendwo mal ein Kerzer stehen? Ja, weiß ich nicht. Hast du dir bestimmt umgeräumt? Bitte! Ich räum mich jetzt um... ...hatten wir schon mal einen Kerzer? Ich dachte! Nö, ich glaub nicht. Ein Fahrrad hat ihn. Ja... ... der Oka hat doch immer auf die Maschine Wert gelegt und Dacht gegeben. Oh.. oder, hier hinten? Là, mal gucken. AAH! da hinten drin hier hier das ist ja das ist die Maschine Oleg 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 haben wir gesehen? wer macht denn jetzt das Wort zu? ja Herr Pracke Mann Heinrich lass das die wird sich moppen ich dachte den können wir jetzt behalten wir haben den so aber du? so rein hier genau so zack danke Abfahrt so wo kriegen wir? ach hier ach nein das gehört gar nicht mehr ja ja ich wollte gerade sagen heilig wieder drin ja mach ich tschüssi tschüss so ne einzelne Wähmaschine ne? hu 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 kann ich ja überhaupt nicht verstehen ne ich auch nicht oh hauseweg kraut und rüben wir kommen ja gar nicht mehr raus na klar gehst du runter von der Sehmaschine das kostet alles Sprit hängt sich da hinten einfach dran schlimm der denn nicht schlimm angang ist gut gesagt hihihi hat er denn jetzt? den Spurreißer mal gekriegt oh 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 kaputt gemacht eindeutig jö was krieg ich denn jetzt hapa hapa für die Maschine? mit dem Händler mit dem Händler Händler? fein war wie passt denn da rein? weiß ich nicht bis es feil ist bis es feil ist ha 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 ja ihr Bruder hört sich komisch an trinkt der? eigentlich nicht eigentlich? eigentlich nur eigentlich vielleicht bei einer Alster Wilco ach so naja so wo ist denn dein? also eigentlich nichts gefährliches Egon ja wir kriegen Ärger von dem Zuschauer von wieso? stelle so ein Gerät dreckig weg ja ist egal muss er halt mal weggucken das slowenische Spezialgas wird sich aufregen ach so das die Fledermäuse ja ja ach schön was? Fledermäuse gibt es hier? ja ja aus Slowenien wow 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 müssen sie aufreißen sind gefährlich hab gehört jetzt Vampire echt? ja schlafe ich nachts jetzt nur so ein Fenster zu kann ich verstehen kann ich verstehen aber ich leide die Klimaanlage aus nicht dass er da nur durch durchschlüpft ja 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 aber wenn er rutscht naja wenn er sie dun macht ja gut kann sein die krabbeln ja auch immer rein naja ja ja in der extra wieder da ein Haus mit der Fliemglaschen drauf ja das ist ein Mats oh die Rutschrisiko ist wieder was oh ja 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 der Önfleisch weg ja ja ach so ach so danke jetzt da waren wir auch dran fahren ich bin ja vorbeigefangen uh ja 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 so ein anhänger abholen ja langsam geht es besser was brauchen sie wieder ein spurreißer ich bin wiederum langsam mag ich den nicht mehr den herrn verstehen warum nicht er droht mir weiter du musst einfach nur auf den weg fahren wenn er kommt am besten und da wird er sehen was auch nein Nein! Geh weg! Fahr schneller! Da ist ja mal die Kiste! Oh, ist alleine da! Das klingt nach einem fiesen Haar aus! Nein! Wissen Sie? Was denn? Nein! Nein! Wie ist denn das jetzt? Beide vorwärts! Das war's geil! So! Oh, dann ist schon wieder Schluss für heute! Echt? 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 Ich bin Koppeln! Ja! Viel Spaß gleich beim Sehen! Danke! Danke! Und dann, ja! Wer Sehen sehen will, einfach in der nächsten Folge wieder einschalten! Abo! Nicht vergessen! Kommentieren! Auf den Kanal vorbeigucken! Und auf den ersten natürlich auch! Jawoll! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss, ne? T fails! Attra以前! Tós anos! Vielen Dank.